Ohlala, 43 war selten so schön! Frühstücksfernsehen-Star Vanessa Blumhagen beweist, das Alter ist definitiv nur eine Zahl. Während sie sich am Wochenende gerne mal ungeschminkt nach dem Yoga zeigt, überzeugt die Journalistin unter der Woche im TV nicht nur mit ihrem Wissen aus der Welt der Reichen und Schönen, sondern auch mit ihren stilsicheren Looks. Egal ob im Kleid oder mit Jeans und Bluse, im Business-Look oder ganz Casual, das Styling ist immer perfekt – so auch auf ihrem neuesten Instagram-Posting, bei dem sie ganz nebenbei ihr XL-Dekolleté in Szene setzt. Vanessa posiert vor ein paar Containern in einem atemberaubenden Overall und verblüfft vor allem mit ihrem strahlenden Lächeln und einem tiefen Ausschnitt – hier kann man einfach nicht wegsehen. Wer achtet denn bei dem Outfit noch auf die Container? Und mega Jumpsuit, laut nur zwei der begeisterten Fankommentare. Auch wir sind vollkommen hin und weg von diesem Outfit und freuen uns auf weitere Styling-Highlights.